Hallo liebe Zuschauer, vor genau einem Jahr haben 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Bayern das Volksbegehren Rette die Bienen auf den Weg gebracht. Wir in der Staatsregierung haben das Volksbegehren aufgegriffen mit dem Motto Annehmen und Verbessern ein Volksbegehren plus auf den Weg gebracht, um es auch praktikabel dann letztlich umsetzen zu können. Ich habe heute den Benno Zierer mitgebracht, unseren umweltpolitischen Sprecher und er wird euch erklären, was so alles auf den Weg gekommen ist. Ja, das war damals eine Riesenherausforderung, als das Volksbegehren angenommen wurde, als es Gesetzescharakter bekommen sollte. Wir wollten versuchen und ich glaube, es uns auch in großen Teilen gelungen, eine praktikable Lösung aus diesem Volksbegehren für die Landwirte zu machen, weil die müssen es ja umsetzen und das ist eine ganz große Herausforderung gewesen. Darum haben wir mitgearbeitet am runden Tisch, um hier genau praxisbezogene Lösungen für die Landwirte herauszuarbeiten. Das war der Ansatz der Freien Wähler und das ist uns auch in großen Teilen gelungen. Danke, lieber Benno. Und zum Beispiel ein Punkt war der, dass wir geschaut haben, dass bei öffentlichen Gebäuden ab 23 Uhr in der Nacht das Licht ausgeht, dass hier also auch Ruhe für die vielfältigen Arten, Nachtfalter und sonstiges eintritt, aber auch für die Leute, die daneben schlafen, dass die auch wieder ihre Nacht haben. Und von so her danke, lieber Benno, dass du dich dafür so eingesetzt hast und wir werden weiter an der Sache dranbleiben. Und was uns natürlich ganz wichtig war, Florian hat es angesprochen, wir wollten die Kommunen mitnehmen. Wir müssen die Kommunen mitnehmen, die Gemeinden mitnehmen, wir müssen die Bevölkerung jeden Einzelnen mitnehmen. Die Landwirtschaft allein wird es nicht richten können. Viele müssen vielleicht auch ihr Freizeitverhalten umdenken, ihre Mobilität umdenken und nur dann wird dieses Volksbegehren den Erfolg haben, den wir uns wünschen, den wir brauchen. Nur gemeinschaftlich wird es gehen, anders wird es nur ein Rumpfgesetz werden, ohne viel Leben. Also jeder ist gefordert, nicht nur der, der einen Garten hat, sondern der sich in der Natur bewegt, der sich überall bewegt, der muss vielleicht überdenken, was kann ich dazu beitragen, um meinen Fußabdruck kleiner zu sein. Sie sehen, Artenschutz geht in Bayern alle an und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Menschen in Bayern stemmen werden und in dem Sinn setzen wir uns weiter für die Artenvielfalt in Bayern ein. Nur so wird es gehen, nur miteinander. Danke.